Ja, das Aufmesser kennen Sie auch hier. Ich habe letztens eine Anzeige gelesen in der Frankfurter Rundschau, da war eine Fahrschule, die hat geworben mit dem Slogan, der Kopf ist leer, der Geist ist flach, mach Führerschein in Aufmerksamkeit. Und ich habe da mal Augen gerufen, weil ich wissen wollte, was so ein Führerschein kostet. Und der Typ am Telefon sagt mir, ja, bei uns können Sie Führerschein machen für 1000 Euro VB. Und ich sage noch, wie VB, Verhandlungsbasis, dann habe ich gesagt, na, Festpreis.